Humedica hat, was man so schön nennt, einen Proven Track Record. Humedica ist seit 40 Jahren aktiv und hat in vielen, vielen Ländern sehr viel Gutes getan. Und Humedica ist eben nicht nur die Crisis Response, die Krisentruppe, die einfliegt oder eingeflogen wird, wenn tatsächlich was Schlimmes passiert ist, sondern eben auch nachhaltig engagiert in Schlüsselländern. Und das, denke ich, ist etwas, was für viele Firmen auch interessant, für viele Wirtschaftsunternehmen auch interessant sein sollte. Und da müssen eigentlich beide Seiten noch stärker dran stricken, dass diese Zusammenarbeit sich vertieft.